Kernspaltung bezeichnet Prozesse der Kernphysik, bei denen ein Atomkern unter Energiefreisetzung in zwei oder mehr kleinere Kerne zerlegt wird. Seltener wird die Kernspaltung auch Kernfission genannt. Fission darf nicht mit Kernfusion, dem Verschmelzen zweier Atomkerne, verwechselt werden. Die durch die Spaltung neu entstandenen Stoffe heißen Spaltprodukte. Allgemeines zur Physik der Spaltung. Spaltung kommt nur bei genügend schweren Nukliden vor, denn nur dann sind die entstehenden Kerne fester gebunden als der ursprüngliche Kern. Sodass die Spaltung dem Kern einen Energievorteil bringt. Anschaulich lässt sich die Spaltung nach dem Tröpfchenmodell durch Schwingung und Zerreißen des Kerns verstehen. Die animierte Großansicht des obigen Bildes zeigt, wie der Kern von einem Neutron getroffen wird. Sich in die Länge dient und in der Mitte einschnürt. Die lange Reichweite der gegenseitigen elektrischen Abstoßung der Protonen überwiegt dann die anziehende Kernkraft mit ihrer kurzen Reichweite und treibt die beiden Enden auseinander. Sodass der Kern in zwei Bruchstücke, hoch angeregte mittelschwere Kerne, zerfällt. Außer dem Bruchstückkernen werden meist einige Neutronen freigesetzt, typischerweise zwei oder, wie im Bild, drei. Das Energiespektrum dieser Neutronen entspricht einer Maxwell-Verteilung, ist also kontinuierlich und reicht bis etwa 15 MeV hinauf. Die in der Boltzmann-Statistik maßgebliche absolute Temperatur hat hier allerdings kaum physikalische Bedeutung, sondern wird als freier Parameter behandelt, um die Kurve an die gemessene Form des Spektrums anzupassen. Die mittlere Neutronenenergie liegt bei etwa 2 MeV. Sie hängt etwas vom gespaltenen Nuklid und im Fall der neutroneninduzierten Spaltung auch von der der Energie des spaltenden Neutrons ab. Wegen der Asymmetrie der Maxwell-Verteilungskurve ist die mittlere Energie verschieden von der wahrscheinlichsten Energie. Die Maximum der Kurve, diese liegt bei etwa 0,7 MeV. Etwa 99% der Neutronen werden als prompte Neutronen direkt bei der Spaltung innerhalb etwa 10-14 Sekunden emittiert. Der Rest, die verzögerten Neutronen, wird Millisekunden bis Minuten später bei den Beta-Zerfällen der Spaltfragmente freigesetzt. Neutronen-induzierte Spaltung Große technische Bedeutung hat die neutroneninduzierte Spaltung eine Kernreaktion. Dabei kommt ein freies Neutron zufällig einem Atomkern so nahe, dass es von ihm absorbiert wird. Der Kern gewinnt dadurch die Bindungsenergie und eventuelle kinetische Energie dieses Neutrons, befindet sich dadurch in einem angeregten Zustand und spaltet sich. Statt der Spaltung sind auch andere Abläufe möglich, beispielsweise der Neutroneneinfang. Dabei regt sich der angeregte Atomkern durch Emission eines Gammaquants ab und geht in einen stabilen Zustand über. Die neutroneninduzierte Spaltung ist grundsätzlich mit kleinerem oder größerem Wirkungsquerschnitt bei allen Elementen mit Ordnungszahlen Setup 90 möglich und bei vielen ihrer Isotope beobachtet worden. Wegen ihrer Bedeutung für die zivile Energiegewinnung und für Kernwaffen wird im Folgenden hauptsächlich die neutroneninduzierte Spaltung behandelt. Spaltfragmente Die Gesamtzahl der Protonen und Neutronen bleibt bei jeder Kernspaltung erhalten. Bei zwei Spaltfragmenten sind viele verschiedene Nukleidpaare möglich. Meist entsteht ein leichteres und eine schwerere Spaltfragment. Die Häufigkeitsverteilung hat deshalb zwei Maxima. Als Beispiel seien zwei Möglichkeiten der Spaltung von Plutonium 239 nach Absorption eines Neutrons genannt. Die Spaltfragmente sind mittelschwere Nuklide mit einem relativ hohen Neutronenanteil. Diesen Neutronenüberschuss haben sie vom Ursprungskern übernommen. Sie sind daher instabil und geben zunächst in einigen Fällen weitere Neutronen ab. Auch diese verzögerten Neutronen können weitere Kernspaltungen auslösen. Sie sind für die Regelbarkeit von Kernreaktoren bedeutsam. Die danach noch immer instabilen Spaltprodukte bauen ihren Neutronenüberschuss durch aufeinanderfolgende Beta-Zerfälle weiter ab. Da beim Beta-Zerfall die Massenzahl des Atomkerns unverändert bleibt, bilden die Nuklide, die so aus einem gegebenen Spaltfragmentkern nacheinander entstehen, eine isobaren Kette, sie sind also Atomkerne verschiedener chemischer Elemente. Aber gleichbleibender Massenzahl, diese Umwandlungskette endet, wenn ein stabiles Nuklid entstanden ist. Die Halbwertszeiten sind am Anfang der Kette kurz, können aber für die letzten Zerfälle viele Jahre betragen. Genaue Zahlenwerte für die Häufigkeit der verschiedenen isobaren Ketten abhängig vom gespaltenen Nuklid und von der Energie des spaltenden Neutrons finden sich in der Literatur Spaltbarkeit. Durch thermische dh-vergleichsweise langsame Neutronen sind meistens nur Isotope mit ungerader Neutronenzahl gut spaltbar. Nur diese Atomkerne gewinnen durch die Aufnahme eines Neutrons Paarenergie hinzu. Gut spaltbar heißt dabei, dass der Wirkungsquerschnitt des Kerns für Spaltung durch ein thermisches Neutron hunderte bis tausende Bahn beträgt. Schlecht spaltbar bedeutet entsprechend, dass dieser Wirkungsquerschnitt nur von der Größenordnung ein Bahn oder kleiner ist. Beispiel Amerizium hat als Element 95 mit seiner ungeraden Protonenzahl bei ungeraden Nukleonenzahlen eine gerade Zahl von Neutronen, während Plutonium als 94. Element mit seiner geraden Protonenzahl bei ungeraden Nukleonenzahlen auch ungerade Neutronenzahlen hat. Deshalb ist Amerizium 241 Am mit thermischen Neutronen schlecht spaltbar im Gegensatz zu Plutonium 241 Pu. Die bei der Spaltung neu freigesetzten Neutronen haben kinetische Energien im MEV-Bereich. Mit solchen schnellen Neutronen sind auch Nukleide mit gerader Neutronenzahl spaltbar. Die Paarenergie wirkt sich dann auf den Wirkungsquerschnitt kaum noch aus. Allerdings erreichen die Wirkungsquerschnitte für die schnelle Spaltung nicht die hohen Werte mancher thermischen Spaltungen. Die schnelle Spaltung führt bei einigen Spaltstoffen zu einer besonders hohen Ausbeute an 9 Neutronen pro gespaltenem Kern. Dies wird in Brutreaktoren ausgenutzt. In der Dreistufenbombe werden durch Kernfusion von Wasserstoffisotopen sehr schnelle Neutronen mit mehr als 14 MEV erzeugt. Diese spalten in der aus abgereichertem Uran bestehenden Bombenhülle Uran 238 Kerne. Die Sprengkraft der Bombe und auch der Fallout werden dadurch stark erhöht. Kritische Masse Die kleinste Masse eines spaltbaren Materials, in der eine Kettenreaktion aufrecht erhalten werden kann, heißt kritische Masse. Sie hängt von der Anwesenheit und Menge einer Moderatorsubstanz und von der geometrischen Anordnung ab. Ein dünnes Blech würde fast alle Neutronen nach außen verlieren, während innerhalb eines kompakten Objekts Neutronen eher auf weitere Atomkerne treffen. Die kleinste kritische Masse wird bei kugelförmiger Anordnung erreicht. Durch Kompression des Materials kann diese noch verringert werden, eine absolute untere Grenze existiert nicht. Die Geometrieabhängigkeit der kritischen Masse wird ausgenutzt, um beim Herstellen oder Bearbeiten von Kernbrennstoffen die zur Kettenreaktion führende Kritikalität zu vermeiden. So werden etwa chemische Reaktionen in flachen Wannen durchgeführt, in denen das Material über weite Flächen verteilt ist. Technische Bedeutung Kernreaktoren Wirtschaftliche Bedeutung hat die Neutroneninduzierte Spaltung als Kettenreaktion in Kernreaktoren. Hauptsächlich werden die Nuklide Uran-235 und Plutonium-239 verwendet. In Planung bzw. Die freigesetzte Energie der Kernspaltung liegt mit rund 200 MeV pro Atomkern um ein Vielfaches höher als bei chemischen Reaktionen. Die Energie tritt hauptsächlich als kinetische Energie der Spaltfragmente auf. Zu einem kleineren Teil auch in der Strahlung aus deren radioaktiven Zerfällen. Auch die für die Regelbarkeit von Kernreaktoren entscheidend wichtigen verzögerten Neutronen werden nach der eigentlichen Spaltungsreaktion aus den Spaltfragmenten freigesetzt. In Reaktoren werden die Bewegungsenergie der Spaltprodukte und die Energie der entstehenden Strahlung durch Stöße mit dem Material der Umgebung in Wärme gewandelt. Nur die entstehenden Elektron-Antineutrinos, ein Teil der Gammastrahlung und ein Teil der freien Neutronen entweichen aus der Reaktionszone, dem Reaktorkern. Kernwaffen Die exponentiell anwachsende Kernspaltungskettenreaktion einer prompt über kritischen Spaltstoffenordnung dient als Energiequelle für normale Kernwaffen. Die zerstörende Energie wird primär als Lichtstrahlung, Hitze und Radioaktivität sowie sekundär in Form einer Druckwelle freigesetzt. Bei Wasserstoffbomben dient eine Kernspaltung als Zünder für eine Kernfusion, also das Verschmelzen von leichten Atomkernen. Sonstige induzierte Spaltungen Der Stoß eines energiereichen Gammaquants kann ebenfalls die Spaltung eines schweren Kerns hervorrufen. Auch der Stoß eines geladenen Teilchens kann zur Kernspaltung führen, wenn er eine genügend hohe Energie auf den Kern überträgt. Beispielsweise wurden Proton- und Myon-induzierte Spaltvorgänge beobachtet. Auch ein Compound-Kern mit sehr großem Kernspin, wie er in Schwerionenreaktionen entstehen kann, kann seine Anregungsenergie durch Spaltung abbauen. Praktische Anwendungen haben diese Spaltvorgänge nicht. Forschungsgeschichte Seit den Arbeiten von Ernest R. A. Ford war bekannt, dass Atomkerne durch den Beschuss mit schnellen Teilchen verändert werden können. Mit Entdeckung des Neutrons im Jahre 1932 durch James Chadwick wurde klar, dass es viele Möglichkeiten der Umwandlung von Atomkernen geben musste. Unter anderem versuchte man, durch Einbringen von Neutronen in schwere Kerne neue, noch schwerere Nuklide herzustellen. Nach Vermutungen von Enrico Fermi vertrat unter anderem Ida Nodak-Tacke die zutreffende Annahme der Spaltung des neu gebildeten Kerns. Allerdings galten diese spekulativen Vermutungen 1934 noch als unseriös und kein Physiker überprüfte diese experimentell. Auch Ida Nodak selbst nicht. Otto Hahn und seinem Assistenten Fritz Strassmann gelang dann am 17. Dezember 1938 am Berliner Kaiser Wilhelm-Institut für Chemie der Beweis einer Neutronen induzierten Kernspaltung von Uran durch den radiochemischen Nachweis der Spaltprodukte Barium und Krypton. Sie veröffentlichten ihre Entdeckung am 6. Januar 1939 in der Zeitschrift Die Naturwissenschaften. Lise Meitner befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Monaten in Schweden, wohin sie mit Hans Hilfe emigriert war. Da sie als Jüdin aus Nazi-Deutschland fliehen musste, gemeinsam mit ihrem ebenfalls emigrierten Neffen Otto Frisch konnte sie am 10. Februar 1939 eine erste physikalische Deutung des Spaltungsprozesses in der englischen Nature veröffentlichen, da Hahn sie als Erste über die radiochemischen Ergebnisse brieflich unterrichtet hatte. Otto Hahn und Fritz Strassmann gelten daher als die Entdecker der Kernspaltung und Lise Meitner und Otto Frisch als die Ersten, die eine korrekte theoretische Erklärung des Vorgangs publizierten. Von Frisch stammt auch der Ausdruck Nuclear Fission, also Kernspaltung, der dann international übernommen wurde. Während Hahn ursprünglich die Bezeichnung Uranspaltung verwendet hatte. Am 16. Januar 1939 reiste Nils Bauer in die USA, um einige Monate mit Albert Einstein physikalische Probleme zu erörtern. Kurz vor seiner Abreise aus Dänemark berichteten ihm Frisch und Meitner von ihrer Deutung der Hahn-Straßmann-Schenn-Versuchsergebnisse. Urteilte dies nach seiner Ankunft in den USA seinem früheren Schüler John Archibald-Wieler sowie anderen Interessierten mit. Durch sie verbreitete sich die Neuigkeit unter anderen Physikern, unter ihnen auch Enrico Fermi von der Columbia Universität. Fermi erkannte die Möglichkeit einer kontrollierten Spaltungskettenreaktion und führte mit seinem Team 1942 in Chicago das ersten erfolgreiche Reaktorexperiment im Chicago-Peil durch.